Das natürliche Mitgefühl und die natürliche Liebe des Herzens, durch die wir in Zeiten von Schwierigkeiten für uns selbst und andere sorgen, braucht einen Ausgleich durch die Weisheit der Gelassenheit. Wenn wir uns zu tief in das Mitgefühl und die Liebe sinken lassen, aber keinen Ausgleich durch Weisheit und Gelassenheit haben, klammern wir uns möglicherweise an eine Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollen, und werden von den Kämpfen der anderen überwältigt. Durch Gelassenheit und Frieden lernen wir, dass wir zwar die Welt lieben können und den Kummer und die Kämpfe der Welt in unser eigenes Leben aufnehmen und mit dem großen Herzen des Mitgefühls annehmen können, wir aber auch den großen Frieden hinter allem finden müssen. Mutter Teresa wurde einmal von Malcolm Muggeridge bei der BBC für das britische Fernsehen interviewt. Nachdem er ihr fast eine Stunde lang dabei zugesehen hatte, wie sie mit Weisen und Sterbenden arbeitete, sagte der Interviewer, »Wissen Sie, Mutter, Ihre Arbeit ist so wunderbar, aber in gewisser Weise muss es für Sie als Nonne ein bisschen einfacher sein. Sie haben ein einfaches Leben, Sie kennen die Verwicklungen nicht, die mit einem Zuhause, Versicherungen und den Schwierigkeiten einer Ehe oder Partnerschaft einhergehen.« An dieser Stelle unterbrach sie ihn und sagte, »Nein, nein, 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 ich bin auch verheiratet.« Und dabei hielt sie den goldenen Ring der Nonnen ihres Ordens, das Symbol ihrer Vermählung mit Christus, in die Kamera. Dann schwieg sie einen Moment, ehe sie den Interviewer geradewegs ansah und sagte, »Und er kann manchmal ziemlich schwierig sein.« Wenn dies für Mutter Teresa wahr ist, dann ist es für uns alle wahr. Es gibt eine gewaltige Stille, die alles in dieser Welt umhüllt. Und dennoch existieren Gewinn und Verlust, Ruhm und Verruf, Lob und Tadel. All diese Dinge kommen und gehen und werden durch diese riesige Stille geläutert. Und jeder und jede einzelne von uns muß den eigenen Weg finden, um inmitten von all dem ein friedliches und beständiges Herz zu bewahren. In den siebziger Jahren habe ich einmal in einem Bioladen in Santa Cruz ein Poster gesehen, auf dem der Hindu-Guru Swami Satchitananda mit seinem langen, wallenden Bart zu sehen war. Er stand in der Yogi-Haltung, die als Baumpose bezeichnet wird, auf einem Bein und trug einen kleinen, orangefarbenen Ländenschurz. Bemerkenswert an dem Bild war, dass Swami Satchitananda diese Baumpose auf einem Surfbrett, auf einer wirklich großen Welle einnahm. Und darunter stand in großen Buchstaben, Du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Meditieren mit Swami Satchitananda. Das hat mir einen guten Eindruck von dem Geist vermittelt, der mit der Übung der Gelassenheit und des Friedens verbunden ist. Die Wellen werden nicht aufhören. Aber unser Herz und unser Geist können so riesig werden und sich so sehr öffnen, können so geräumig und ausgeglichen sein, dass wir von einem Ort der Reglosigkeit aus auf den Wandel der Jahreszeiten der Welt blicken können. Im Sen sagt man, dass es nicht darum geht, auf etwas Besseres zu warten oder zu hoffen, dass man den Bus noch erwischt, sondern zu begreifen, dass man bereits im Bus sitzt. Wir befinden uns bereits auf der Reise. Wenn man Gelassenheit und Frieden finden will, muss man das Mysterium anerkennen. Unser Körper besteht aus Sternenstaub. Dies ist kein Gedicht, sondern Wissenschaft. Angefangen beim Urknall im Urblitz, mit dem das Universum seinen Ausgang nahm, und den Sternen, die sich abkühlten, und den Planeten, die aus ihnen hervorgingen, endeten wir schließlich auf dieser mysteriösen blaugrünen Erde. Und wie der Kosmologist Brian Swim sagt, Vor viereinhalb Milliarden Jahren war die Erde ein flammender Ball aus flüssigem Gestein. Und jetzt kann sie Opern singen. Wir sind Teil dieses außerordentlichen, sich entfaltenden Mysteriums. Und niemand kann es auf irgendeine Weise richtig erklären. Wenn wir im Mysterium ruhen, erkennen wir, dass es sich bei den Schwierigkeiten und der Not, denen wir uns gegenüber sehen, nur um ein Kapitel in der großen Entfaltung unseres Lebens handelt. Sie sind nicht das Ende. Und es ist auch nicht nötig, jetzt in allem, in den Schwierigkeiten, mit denen wir es gerade zu tun haben, einen Sinn erkennen zu wollen. Der Autor Somerset Maugham schreibt, Es gibt drei goldene Regeln, wie man den großen amerikanischen Roman schreibt. Unglücklicherweise kennt sie niemand. Genauso wenig gibt es Regeln für dein Leben. Wie mein Lehrer Achan Scha zu sagen pflegte, ist alles ungewiss, nicht wahr? Dies nennt man die Weisheit der Ungewissheit. Wenn wir erkennen, dass die Dinge ungewiss sind und uns in der Ungewissheit entspannen können, gelangen wir zu einem tieferen Vertrauen. Zu einem Vertrauen in die Entfaltung des Lebens, zu einem Vertrauen in die unermessliche Weite von Zeit und Raum. Wie Sen-Meister Suzuki Roshi sagt, Wenn du begreifst, dass sich alles verändert und du dabei nicht die Fassung verlierst, befindest du dich im Nirwana. Um die Übung der Gelassenheit und des Friedens zu machen, hilft es auch, über den Wert eines friedlichen Herzens nachzudenken. Niemand, nicht einmal dein schlimmster Feind, kann dir so viel schaden, wie dein eigener, ungeübter Geist. Und niemand, nicht einmal die liebevollste Mutter und der liebevollste Vater, können dir so sehr helfen, wie dein eigener, geübter Geist. Dies sind die Worte Buddhas von vor 2500 Jahren. Und noch immer hallen sie in uns nach. Wenn wir unser Herz zu einem Ort des Friedens für uns selbst machen können, bringen wir uns selbst und all denen, die wir berühren, großen Segen. Sen-Meister Thich Nhat Hanh sagt, Wenn die überfüllten vietnamesischen Flüchtlingsboote in Stürme oder an Piraten geraten sind und alle im Boot in Panik ausbrachen, war alles verloren. Aber wenn auch nur eine einzige Person im Boot ruhig blieb und zentriert war, genügte das schon. Es zeigte den anderen den Weg, wie sie überleben würden. Wenn wir dieses ruhige Zentrum in uns selbst finden, ist das so ähnlich, als würden wir nach dem greifen, was im Stierkampf als Karencia bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die Stelle in der Arena, an der sich der Stier sicher fühlt. Und es ist die Aufgabe des Matadors, ihn immer in Bewegung zu halten und dafür zu sorgen, dass er kein Fleckchen findet, an dem er seinen Ort der Ganzheit besetzen kann. Diese Karencia ist bei Menschen die Zentriertheit und das Gleichgewicht im Angesicht der Schwierigkeiten des Lebens. Der Ort, von dem aus wir ruhig und friedlich bleiben können, weise sein und unsere Kraft sammeln können. Es ist ganz entscheidend zu wissen, dass es sich bei diesem Frieden nicht um das Nichtvorhandensein von Veränderung oder Schwierigkeiten handelt und dass Gelassenheit nicht mit Rückzug oder Gleichgültigkeit verwechselt werden sollte. Rückzug oder Gleichgültigkeit sind das, was man nahe Feinde nennt. Die nahen Feinde der Gelassenheit tarnen sich nur als Gelassenheit, aber Gleichgültigkeit und Rückzug gründen auf Angst. Während wahre Gelassenheit Öffnung bedeutet, ein Gleichgewicht und eine Lockerheit, eine riesige Stille in dieser sich ständig verändernden Welt. Wie heißt es im Tao Te Ching? Mal läuft man vorn weg und mal ist man hintendran. Eine Zeit, in der man in Bewegung ist und eine Zeit, in der man sich ausruht. Eine Zeit, in der man voller Energie ist und eine Zeit, in der man erschöpft ist. Eine Zeit, in der man in Gefahr ist und eine Zeit, in der man in Sicherheit zurückkehrt. Der Weise sieht die Dinge so, wie sie sind, ohne sie beherrschen zu wollen. Er ist im Tao zentriert und kann gehen, wohin er will, ohne sich zu gefährden. Denn er hat die Harmonie erkannt, die sogar zwischen den Freuden und dem Kummer der Welt liegt. Weil er im Zentrum des Kreislaufes ruht, hat er in seinem Innern Frieden gefunden. Mit Gelassenheit geben wir die Illusion auf, wir hätten die Kontrolle. Wir können andere lieben und für sie sorgen. Wir können ihnen helfen und für sie beten. Aber wir können nicht kontrollieren, was geschehen wird. Und wir besitzen sie auch nicht. Wir können unsere Kinder nicht besitzen und unsere Partner, unsere Freunde und unsere Familie auch nicht. Ihr Glück und ihr Leiden hängt von ihren Taten ab und nicht von unseren Wünschen für sie. Dieser schlichte Satz wird zum zentralen Bestandteil der Übung zur Gelassenheit. Besonders für jene, die erwachsen sind, die älter sind. Dies ist eine weise Möglichkeit, wie man sich auf die Menschen im eigenen Umfeld bezieht. Wir können sie lieben, wir können für sie sorgen, aber was sie tun, ist nicht an uns. Ihr Glück und ihr Leiden hängen von ihren Taten ab und nicht von unseren Wünschen für sie. Es liegt nicht in deiner Hand, die Welt zu retten. Du kannst dich um die Welt kümmern. Du kannst der Welt deine Schönheit geben und dein Verständnis. Du kannst zum ruhenden Pol in dem Boot werden, wenn ein großer Sturm aufzieht oder Piraten angreifen. Und auf diese Weise kannst du den Weg zeigen. Es liegt in deiner Hand, deinen Teil zu erfüllen mit einem liebenden und fürsorglichen und friedlichen Herzen. Und wenn du das tust, wirst du dich mit der großen Entfaltung des Lebens verbinden, mit den Kräften des Friedens, mit der unermesslichen Weite, die dich und alle Wesen hervorgebracht hat und von der du getragen wirst. Geführte Meditation, Gelassenheit und Frieden Um die Qualitäten des Friedens und der Gelassenheit besonders für die Zeiten zu kultivieren, in denen man mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, setz dich bequem hin. Finde eine Haltung, in der du entspannt, würdevoll sitzt und mit der Erde verbunden bist. Lass dir Zeit, dich ganz niederzulassen. Richte deine Aufmerksamkeit sanft auf deinen Körper. Spüre, wie der Atem von allein kommt und geht und in dir herumwandert. Mit jedem Atemzug, den du machst, können dein Körper und dein Geist sich noch mehr entspannen. Wenn du dann ruhig dasitzt, denke einen Augenblick darüber nach, wie nützlich ein ausgeglichener und gelassener Geist ist. Buddha sagt dazu, manche haben entdeckt, dass sie die verwirrten Reaktionen hinter sich lassen und so geduldig werden können wie die Erde, die von den Feuern der Wut und der Angst unbewegt bleibt, unerschütterlich wie eine Säule, unbeeindruckt wie ein klarer, ruhiger See. Spüre in dir, was für ein Geschenk es für dein eigenes Leben und die Welt um dich herum sein könnte, ein friedliches Herz hervorzubringen. Spüre die Unschuld der Ausgeglichenheit und Entspannung. Bitte die Qualität eines friedlichen, ausgeglichenen Herzens zu dir zu kommen. Jetzt gleich. Lass dich davon erfüllen. Lass dich davon durchfluten. Mit jedem Atemzug werden dein Körper und dein Geist ruhiger. Wiederhole diese einfachen Sätze sanft mit deinen Atemzügen. Sie helfen dir, den Geist des Friedens zu dir einzuladen. Mit dem Atem beruhige ich meinen Körper. Mit dem Atem beruhige ich meinen Geist. Möge ich ausgeglichen sein. Möge ich voller Frieden sein. Mit jedem Atemzug, in dem ich sanft ein- und ausatme, beruhige ich meinen Körper. Spüre, wie der Körper ruhig wird, während du das tust. ich beruhige meinen Geist. Ich beruhige meinen Geist und lass den Geist ruhig werden. Möge ich ausgeglichen und voller Frieden sein. bitte darum, dass sich das große Gefühl des Friedens erfüllt. Lass dir Zeit mit diesen Sätzen. und wenn du die Ruhe in deinem Körper und in deinem Geist spürst, weite dieses Gefühl der Ruhe aus. Lasse es zu einer weiträumigen Gelassenheit werden, während du ruhig dasitzt. Würdige, dass alle Dinge, die erschaffen wurden, entstehen und vergehen. Die Freuden und der Kummer, die angenehmen und die schmerzhaften Ereignisse, Menschen, Gebäude, Tiere, Nationen, sogar ganze Zivilisationen. Ruhe still inmitten dieses großen Lebenstanzes. Während du sanft atmest, lass zu, dass die Sätze der Gelassenheit und des Friedens die wahre Reglosigkeit inmitten all dieser Veränderungen nähren und hervorrufen und beflügeln. Atme sanft Möge ich lernen, das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu betrachten. Möge ich offen und ausgeglichen sein, Möge ich voller Frieden sein. Lass zu, dass die Reglosigkeit sich in jedem Teil deines Seins ausbreitet. Lass zu, dass dein Körper sich im Geiste öffnet, über jegliche Schwäche und jeden Kampf hinaus. Ruhe gelassen in diesem gewaltigen Wissen und in diesem gewaltigen Universum. Lass dir Zeit, sprich weiter diese Sätze, bitte um Frieden. Und wenn du ein Gespür für die Gelassenheit und den Frieden aufgebaut hast, beginne damit, dir geliebte Menschen vorzustellen, einen nach dem anderen. Wiederhole dabei die gleichen Sätze. Entscheide dich zuerst für einen geliebten Menschen. Sieh ihn oder sie vor dir. Mögest auch du lernen, das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu sehen. Mögest du offen, ausgeglichen und friedvoll sein. Lass zu, dass das Bild dieses geliebten Menschen von Frieden umhüllt wird. Wünsche jetzt alle Wesen die Früchte ihre eigenen Taten ernten, um dein Herz zu befreien und diese Menschen voller Frieden zu lieben, sprich daher auch, dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit betrachten, mögest du offen und ausgeglichen und friedvoll sein. Dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du offen und ausgeglichen sein und Frieden finden. Während die Qualität der Gelassenheit und des Friedens weiter zunimmt und wächst und du diesen dir nahestehenden Menschen ansiehst, kannst du die Meditation allmählich ausweiten und einen weiteren geliebten Menschen ansehen und noch einen oder Freunde Nachbarn Menschen die dir Gutes getan haben beginne mit denjenigen die für dich gesorgt haben oder für die du eine tiefe spontane Liebe empfindest sieh sie dir alle der Reihe nach an und sprich innerlich die gleichen Sätze um ihnen Frieden zu wünschen während du weitermachst mögest du das entstehen und vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit betrachten mögest du offen und ausgeglichen und voller Frieden sein dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich mögest du Offenheit und Ausgeglichenheit und Frieden finden Lass das Bild dieser geliebten Menschen von Frieden umhüllt sein und allmählich kannst du den Kreis derer denen du Frieden wünschst auf Freunde und Nachbarn ausdehnen auf Menschen die du kaum kennst Wesen die nah bei dir oder weit weg sind auf Mensch und Tier die ganze Erde und während du dies weiter ausbaust kannst du auch die jenigen Menschen in deinem Leben mit einschließen die schwierig sind selbst die allerschwierigsten und ihnen wünschen dass auch sie Gelassenheit und Frieden finden mögen mögest du lernen das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit anzunehmen mögest du offen sein ausgeglichen und friedvoll dein Glück und dein Leiden hängen von deinen eigenen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich mögest du ein offenes und ausgeglichenes friedvolles Herz finden richte deine Aufmerksamkeit jetzt wieder auf dich wie wie du mit einem friedlichen Herzen im Zentrum aller Erfahrungen auf der Erde sitzt möge ich das Entstehen und Vergehen von allem mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit verfolgen Atme sanft möge ich offen und ausgeglichen sein möge ich friedvoll sein mögen ich und alle Wesen Ruhe und ein friedvolles Herz finden mögen wir Ausgeglichenheit und Frieden und Mitgefühl und Gelassenheit inmitten aller Dinge dieser Welt finden Mache diese Übung so oft und so lange wie du möchtest atmend und dich in das Herz des natürlichen großen Friedens verströmend und wenn du schließlich diese Übung beendest und wieder aufstehst sieh dich um in deiner Umgebung und in der Welt die du um dich herum erschaffen hast und mache aus deinem Zuhause eine Zone des Friedens schalte CNN oder Fox News aus lege Mozart auf Geh in die Berge wandern öffne die Vorhänge bepflanzt den Garten und dann setz dich eine Weile dorthin und lass die Vögel kommen und gehen verbinde dich wieder mit den großen Jahreszeiten des Lebens Mit dem stillen Ort in der Mitte von allem Vertraue darauf Dies ist deine eigene wahre Natur Dies ist dein Zuhause auch ein oder vor dem es ist es